Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Staatsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karfs-Horst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff, aber Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sind Sie? Wer sind Sie? Wer sind Sie? Das hier Spargel, die beiden Befehl sind, so wie das Seinchen! Oh, meinst du, ich bin das einfach gekauft. Das bin ich sehr hart mit Verlogen! Jeder hat mit Verlogen, sogar hier ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter, als ein Haufen niederverrestiger Treue unserer Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nichts als Feindlinge, verreißen, Verzahner! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch nicht neust des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugerbracht haben, Huren verladen mit einem Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärakademie so in die Lübe hinget! Das hat mich gegen den URF-Picke widersteht! Ich hab mich gelegt! Ich hatte gut daran getan! Von daher haben alle Hörnoffiziere liquidiert zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch hab ich allein allein aus Mist gestellt! Ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verrat in der deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufe in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Alle Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, erfen Sie sich, der Fall ist, er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Ja, ich habe ja jetzt Und ich kann mich wieder wiederholen. Ich kann mich sagen, es ist das die Und ich bin mir Dann kann ich mir Ich kann es mir